Servus und willkommen zu Muscleman Fitness. Im heutigen Video geht es um Lattziehen im engen Griff, die eine der besten Übungen um einen schönen breiten Rücken aufzubauen. Übung richtig auszuführen, sollte dir folgende Punkte beachten. Sitz sollte so eingestellt sein, dass der Oberschenkel eng an der Halterung anliegt. Dartposition befindet sich der Kopf unterm Griff, so dass man die volle Dehnung am seitlichen Rücken am Lattissimus hat. Zugbewegung ziehe ich den Griff Richtung meiner Brust und lehne mich leicht mit dem Rücken zurück. In einem Griff habe ich auch etwas mehr den Bizeps dabei, als im Breitengriff. Doch dass ihr auf die Rückenspannung schaut, dass der Rücken gerade ist. Viele Leute überschätzen sich, nehmen zu viel Gewicht und machen dann einen Rundrücken. Videobeschreibung verlinke ich euch einige Videos zum Thema Rückentraining. Ich hoffe, dass euch mein Kanal vielleicht motiviert oder euch im Training weiterhilft. Über ein Abo oder ein Like würde ich mich sehr freuen. Und nie vergessen, immer dranbleiben, nie aufgeben. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Muscleman.